Ich würde sagen, wir gehen wieder in die Karriere rein und machen heute weiter. Wir machen heute weiter. Ab diesem Teil ist dieses Video auch wieder auf YouTube. Grüßt euch YouTube. Das ist jetzt wieder euer Tylee. Also das kommt ja auch auf YouTube. Manche Sachen schneide ich ja raus, aber die wenigsten Sachen. Der Pepega-Mod kommt ja recht an Cut. Ist in der Pepega-Mod auch das Ganze wie in der Most Wanted 25 Redux? Ähm, inwiefern? Der Most Wanted Pepega-Mod war mehr Meme und mehr über sich lustig machen. Der hier ist halt eher eine Complete Conversion vom Spiel. So, wir wollten heute erstmal den Kollegen hier, das ist nämlich unser RX-7, den wollten wir in die Speed-Klasse reinpacken. Den haben wir letztes Mal nämlich für Drift bekommen. Und den wollte ich sehr, sehr gerne in die Speed-Klasse reinpacken, das wir für Speed-Fahrzeuge haben wollen. Das ist ja gar nicht mein Livro wie Ender, das ist Vanilla einfach viel geiler. Und wir gucken jetzt mal ganz kurz, welche Tuning-Teile wir Bit bekommen haben bei den Wagen. Das habe ich nämlich letztes Mal gar nicht geschaut. Lo Waco, danke schon für die fünf Gifts ab. Vielen, vielen Dank, Leute. Dankeschön für den Support. Und Pearl, willkommen im zweiten Monat, danke für deinen Reset. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ähm, so. Ich gucke jetzt gerade mal ganz kurz, welche Parts der drin hatte. Ich vermute leider nicht so viele, wie ich mir wünschen würde. Da müssen wir gleich mal gucken, weil das Speed-Fahrzeug braucht er natürlich. Und jetzt kommt der Mindfuck. Speed. Es ist insane, wenn man drüber nachdenkt. Es ist wirklich, wirklich wild. Ähm, ne, für Drift haben wir unsere X5 NB. Der reicht dafür locker. Für Drift brauchen wir kein schnelles Auto, ist der Punkt. Weil, bei Driften reicht, äh, mit dem Mod geht es auch mit relativ wenig Leistung, haben wir gemerkt. Okay, wir haben Nitro Stage 2 drin. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall mehr Leistung. Hat der Bodykits? Ne, okay, schade. Komisch, dass der keine Bodykits hat, obwohl der Wagen ein Bodykit ist. Ähm, so, Spoiler gehen sogar. Jetzt lassen wir aber auch gerade erstmal alles. Äh, Exhaustrips gehen nicht. Okay, das können wir noch einbauen. Ja, gut, ich würde Ihnen sagen, das lassen wir jetzt erstmal, weil wenn, werden wir jetzt erstmal auf Leistung gehen. Power 1, ich würde schon gerne einen großen Lader, einen schönen großen Turboladerino da draufschmeißen. Oh, wir haben 114K, sehe ich gerade. Wir haben ja sogar ein bisschen Cash. Ich, also, wir können da jetzt einfach mal so einen richtig fetten Lader draufschmeißen. So einen richtig fetten Turbonetics Turbocharger. Ey, ich meine, wir haben, wir haben 114K. Ja, und wir wollten, wir müssen noch Reifen beim Astra machen. Der Astra kam ja nicht aus dem Quark. Reifen müssen wir noch machen. Da müssen wir dran denken. Äh, ja, ich spiele momentan direkt in der 1.1. Ja, ich habe nicht gegrindet. Ähm, die Sache ist, ein paar Sachen wurden abgeändert. Ähm, ein paar Events kriegst jetzt mehr Punkte jetzt. Also es ist leichter, Events zu dominieren. Das war vorher das Problem vor der 1.1. Ähm, dass manche Renntage super schwierig zu dominieren waren. Und, ähm, die Wracks, genau, wurden auch gefixt. Also die können jetzt entdeckt werden. Wenn ihr die schon vorher entdeckt haben solltet, werden die euch jetzt eurer Garage hinzugefügt. Heißt, die werden wir jetzt auch auf Suchen gehen können. TJ, wir kommen im 33. Monat. Dankeschön. Ähm, einige Fahrzeugewunden genervt. Okay, ich kaufe jetzt einfach mal einen Turbonetics Turbocharger. Ist mir scheißegal. Der kriegt jetzt mal richtig Kassala hier das Ding. Komm. Was soll der Bombs? Start Boost, High Boost, End Boost, High. Nitro Pressure, High. Das Ding muss einfach richtig schieben. Das soll einfach nur auf der Speedchange geradeaus fliegen können. Ich weiß nicht, ich fliege es komplett ab. Wir werden testen. Update Blueprint. So, ähm, gut. Der Kollege hier sollte noch Reifen bekommen, weil wir gemerkt haben, dass wir die brutale Leistung des Astras nicht bändigen können. Ähm, ne, ganz willkommen, Elfmo. Dankeschön für dein Resort. Dankeschön. Ähm, was kostet denn große Reifen? 14k. Aber 14k will ich hier nicht ausgeben. Wir machen mal so einen schönen Michelin. So einen schönen Michelin-Reifen. Gut, Michelin-Sterne. So, Update Blueprint. Wir haben zwar noch 89k, aber ich will mit dem Geld sachte umgehen. Ich habe das Gefühl, wir können mit Geld hier nichts um uns werfen. So. Ähm, bei dem Event, wo du die Wracks hast, äh, bei dem, äh, wo du die Vielzahl bekommen hast, sind zwei Wracks, machst du das heute. Ähm, ihr seht ja oben links, wo die Wracks sind, auf welchen Strecken. Wenn wir auf diesen Strecken sind, gehen wir die suchen. Ich muss jetzt nicht exakt in den selben Renntag, wenn wir nochmal zum Beispiel auf Autobahn, Ibiza oder Nebada sind. Ähm, da können wir dann jeweils nochmal nach Wracks suchen. Ähm, also dementsprechend. Wir machen erstmal weiter und wenn wir heute was haben, dann gucken wir auf jeden Fall nach Wracks suchen. Ich würde gerne was mit dem Speed Challenge machen. Autobahnring hätten wir eine Speed Challenge. Wir hätten... Ich würde hier unten hin. Leipz. Ah, zurück. Kann ich jetzt mal... Overview, Dankeschön. Ich würde auf Leipzig gerne, Bro. Leipzig war DLC, ne? Leipzig war... Alter, warum kann ich nicht da unten hin? Fuck you. So. Leipzig war DLC, ne? Leipzig war, glaube ich, nicht standardmäßig im Spiel drin gewesen. Was haben wir hier oben? Autopolis. Tokio. Tokio hat Speed Zones? Okay. Äh, wir gehen mal auf den Autobahnring. Leipzig war DLC, okay, hab ich doch richtig. Und wir haben auch die Geldauszahlen im ersten Chapter erhöht. An Geld sollte es dann nicht mehr so mangel... Ah, okay. Also Geld wurde... Okay, Geld wurde auch angepasst. Aber wurde das nachträglich? Hatte ich so viel Kohle letztes Mal schon? Ich hab keine, wie viel Kohle wir am Ende hatten. Ich hab überhaupt nicht drauf geachtet. Okay, also es wurde viel gebalanced. Also 1.1er Version auf jeden Fall. Jetzt die, äh, gute Version. So, ich will mal dann gehen in den Autobahnring einfach mal. Hä, ich hab doch ein Driftfahrzeug. Hä? Mein MX-5 ist doch Drifter im Spiel. Willst du mich verarschen? Hallo? Ach, ich muss... Ah. Er ist nicht repariert. Deswegen. Ich war grad... Ja, so. Reparieren. Jetzt haben wir's. So. Autobahnring. Äh, ich persönlich fahr zum Beispiel nicht zum Ring. Also wir haben hier ein, zwei Sachen, wo ich Schingen fahren will morgen. Äh, am Karfreitag. Ähm, aber zum Ring fahr ich nicht. Also ich hab auch keinen Bock auf das Stau gefahren. Das ist einfach nur... Das ist mir... Da hab ich keinen Nerv drauf. Ich war früher oft oben, aber so früh aufstehen und Stau gefahren. Alter, ich bin 1,29, Bro. Ich bin, äh, ich bin froh, wenn ich mich nicht unnötig stressen muss. Ach krass, wir können... Warum können wir hier kein Ersatzfahrzeug mitnehmen? Okay? Weird. Weird. Ah! What the fuck, Alter? Ähm. 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 Ja, gut. Bisschen... Also... Bisschen Werbung. Geil. Drive lauter, speak faster. Ja, ist ja geil. Ja, gut, 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 gut. Ja, okay. Gut, okay, gut. Ähm, ja. Der Autobahnring ist sponsert bei mir, bitte. Das ist mein Ding jetzt hier. Ähm. Ich würde sagen, wir gehen in eine Speedchance rein. Oder gucken wir, was der RX-7 so kann. Komm, ab geht's. Das kam unerwartet. Ich hab den Banner aus einem der Trailer gekannt, aber ich wusste nicht, dass er so prägnant an manchen Spots ist. So, PizzaTaxi, fuck it. Not today, pizza boy. Ich hab keiner, aber der taugt, der Wagen. Und die Tasten irgendwie wieder umgeändert. Also, da hab ich die Tasten irgendwie mal nicht liegen gehabt vorher. Shift down. Ja. Okay, das hat er sich nicht gemerkt. Okay, weird. Das hat er sich lustigerweise nicht gemerkt. Okay. Also, er hat sich sonst alles gemerkt vom Spielstil, aber das hat er gesagt. So, fuck you, Digga. Die Tasteneinstellung, die du da gewählt hast, aber bist du komplett bekifft. So. Komm, bro, Turbolader, do it. Okay, hier auf der Strecke sind drei Wrax alleine. Ähm. Heißt, da werden wir gleich nochmal hier Autobahnring mal wunderbar im Trainingslauf machen, weil dann können wir die Wrax entdecken. Während des Rennens mach ich das natürlich jetzt nicht, weil ich hier gewinnen will. Oh, ja. Oh, Junge, der Füße hat er. Ximixi. Aber das scheiß Pizzataxi da vorne, was ist denn mit dem verkehrt? Come on, come on. Uah. Komm schon, komm schon, komm schon. Der scheiß Pizzataxi da vorne ist ja wild. Komm schon, komm schon. Ja, Top Speed, also, also der Turbolader ist schön, aber wir müssen auf jeden Fall noch ein Engine Upgrade machen, weil mir bringt der Turbolader, oder auch ein Getriebe Upgrade, weil mir bringt der beste Turbolader, nicht nur bei 2.80 in den Begrenzverlauf. Oh Gott, jetzt sogar JP-Werbung. Ach, wie nice. Das ist ja, das finde ich sehr geil, dass der Autobahnring wirklich deutsche Werbung hat. Also mich unter anderem. Bisschen selbstverliebt. Ach, tu. Ähm. Dann halt ATU, äh, nicht ATU, K-Glas. Oh. Ein bisschen Kuro-Werbung, ganz marginal. Äh, und JP-Werbung. Finde ich gut. Kamal, du hast keine Werbung, äh, keine Spoiler zum Manta Manta 2, bitte. Ich hab den Film noch nicht geschaut. Ich guck den erst Sonntag. Pst. Ich hab nur Manta Manta 2 gelesen und danach den Satz abgebrochen. Come on. Naja, ist, äh, ist ein bisschen Kuro-Werbung. Und die haben auch den, der Golf B12 ist auch hier dreht, oder wie 16 B12 war es, ne? Der, wenn wir... Ja, okay, ja, der Pizzataxi hab ich halt keine Chance gegen. Junge, der zerstört mich ja komplett. Junge, hat der mich zerstört. Scheiß Pizzataxi, Alter. Was ist denn da verkehrt? Das geht ja gar nicht fit. Ricy Riders. Aber man kriegt wirklich mehr Punkte jetzt. Also die Punkte wurden auf jeden Fall hochgezogen. Ja, da gehen wir mal in die Practice rein, ne? No Shadow. Gut. Wir haben drei Wracks hier zu suchen. Die Sache ist, das klingt jetzt bescheuert, aber ich werde die Musik so lange ausmachen, weil die haben ja so ein Bing-Bing-Bing-Geräusch und ich höre das sonst nicht. Äh, wir haben 85%. Dann machen wir die gleich wieder... Wir machen die gleich wieder an, wenn wir die Wracks gefunden haben, aber vorher... So, mach ich die Mucke kurz aus, damit ich hier auch alles höre. Weil, wie gesagt, es gibt so ein Annäherungsgeräusch wie bei sich schlug anscheinend und, ähm... Drei Wracks ist ne Menge. Hier kann am Anfang ja schon nix sein. Also hier sehen wir, hier kann man nicht links rechts abbiegen. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob man das nicht kann. Mann, Alter. Aber das wird jetzt, das wird jetzt, äh... Äh, passt ja zur Ostern, Oster-Eirsuche. Gut, wenn dieses Video auf YouTube kommt, ist Ostern eindeutig schon nix vorbei, aber lassen wir das. Ähm... Hier ist nix. Oder? Ist das da vorne nicht was? Da ist doch was. Da! Ah, jetzt hört man es auch. Da! Guck mal, hier ist ein Golf. Guck mal, hier ist ein Moso... Ah, hier ist ein sehr bekannter... Hier ist der M3-GT-R-Golf. Wie nahmle ich das Scheißdinger denn ein? Muss ich dagegen fahren? Hallo? Ah, einsammeln, okay. Uh, der... Der hatte die M3-GT-R-Fängen drauf. Das war das Sicke. Der hatte die M3-GT-R-Fängen drauf, der Kollege. Okay, okay, okay. The Golf is better, ja. Ist ja auch... Auch hier im Pipinga. Pursuit-Mod ist das immer noch so. Okay, also... Boah, die stehen ja... Die können ja nicht dahinterstehen, Junge. Die stehen ja maximal assig. Ich seh schon, komm, ich werd die anderen vollkommen höher sehen. Also zwei Stück sind hier noch. Wenn die dahinterstehen, alter, das werd ich doch niemals sehen. Also hier rechts wird nix sein, deswegen kann ich mich grad die ganze Zeit da links... Das wird ja eine Suche. Vor allem der Annäherungssong kommt nicht so früh, wie ich ihn erwartet hätte, bin ich fairerweise ehrlich. Ich dachte, der kommt schon, wenn ich hier vorbeifahre. Aber der kommt ja wirklich, als wenn du das Ding gesehen hast. Da ist auch... Oh. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob ich bei Training mein Auto auch reparieren muss. Ich vermute mal schon, ne? Ich will alle drei jetzt in einem Zug finden. Ich hab keinen Bock hier nochmal das zweites Mal lang zu schippern. Ja, rechts kann's nicht sein. Rechts ist nix. Hier haben sie sogar die Logis auf der... Die Bilder an der Mauer sind doch auch neu, oder? Hier ist ein Trabi, dahinten ist ein Porsche. Ja, die Bilder sind auch neu. Ach, wie krass. Das ist das letzte Abendmahl. Auch schön, ne? Das ist doch auch wichtig. Jeden Schaden musst du reparieren. Ja, top. Okay, hier ist jetzt erstmal nix. Hier können wir ein bisschen weiterfahren. Würde ich vermuten, dass hier nix ist. Ich würde hier... Wie weit kann man hier rausfahren? Hm. Ist da hinten ein Wrack? Ich glaub, ganz da hinten an einem Pfosten. Ich weiß nicht, ob man nicht... Seht ja ganz geradeaus könnte was... Ja, da hinten ist doch was, oder? Ja, da hinten steht noch einer. Haha. Den zweiten M3 Golf auch gefunden. Uh. Okay, den hätte ich aber gerne. Fünfmal Golf mit M3-Felgen und so. Komm, jetzt durch da. Ich bin immer noch begeistert, dass man so ein Feature in das Spiel einbauen kann. Also, dass Pro Street das irgendwie mechaniktechnisch zulässt. So, eins brauchen wir noch. Man erkennt ihn recht gut, weil er silber ist. Er sticht ein bisschen heraus in dem Grün. Das muss ich noch ein bisschen mehr drauf achten. Das ist ja der klassische Mus-Wanted-Speed-Run-Spoiler, wenn man so schön sagt. So, hier kann jetzt gerade nichts sein, weil es einfach nur hoch geht. Okay, dann fahren wir erst mal weiter. Hier könnte noch was sein. Ja, mein geschultes Auge sieht aber gerade keinen silbernen Lack. Die Motorkontrolle ist an, weil ich meinen X7 gerade beim Golfsuchen einmal kurz hier die Wand gefahren habe. Wie ein Profi. Okay, die deutsche Synchro jetzt auch. Der Mod hat keine deutsche Synchro. Hier oben könnte es doch sein. Aber ich weiß nicht, ob ich da hoch kann. Kann ich hier hochfahren? Ich habe da nicht so ein doofes Gefühl. Ach, komm hoch jetzt hier. Komm jetzt hoch. Ah, hier ist eine Mauer. Okay, nee, alles gut. Okay, dann wird es hier oben nicht sein. Gut. Diese Mauer habe ich ein bisschen sachter entdeckt und nicht mit Schmackes. Es hat auch irgendwas. Es ist so ein bisschen mal ein bisschen zum Runterkorb. Es ist ein bisschen zum Entschleunigen. Ich will mal gucken, wo der scheiß dritte Wrack ist. Weil das will ich auf jeden Fall haben. Ich hätte den Golf gerne. Weil ich glaube, da müssten wir den mit freischalten dann automatisch schon. Und ein weiteres Auto, der gerade für Umme. Da sagt selbst jeder nette Herr auf dem Schild nicht Nein zu. Der Mann sieht wirklich gut aus. Das muss man wirklich fairer sein. Wattende Frisur. Hier kann ja nichts sein. Hier kann ja nichts sein. Ich habe das Gefühl, es gerne mal umdrehen kann, weil ich es irgendwo noch im Wrack übersehen habe. Weil hier kann jetzt erstmal nichts mehr kommen. Ich hoffe sehr, dass ich es nicht übersehen habe. Aber wir haben gleich noch ein, zwei Stellen, wo es ein bisschen offener wird. Hier kann nichts sein. Fahren wir erstmal weiter. Da war der 05 auf dem Forsten? Wie, wo war der 05 auf dem Forsten? Ich sehe gerade selbst, dass das Geschäft hier in Lidl ist. Hier ist auch nichts. Hier würde ich noch vermuten. Ich fahre mal hier runter. Ah nein, der 5-Logo. Achso, mein Logo war das. Das habe ich echt nicht gesehen, Alter. Komm, das muss doch hier sein. Das muss doch hier sein. Vor allem da hinten ist eine riesige Kugeltafel. Wenn der Gold irgendwo steht, dann wohl hier. Ja, da ist er doch. Ach, gefunden. Ich war damals meinen Eltern schon bei der Oster-Eirsuche. Ich bin maximal unsympathisch. Wack Collected. Here we go. Neues Kfz freigeschaltet. So, jetzt können wir auch Musik wieder anmachen. So. Where's Music? Ah, das ist schon wieder angenehmer für die Ohren. Das ist nicht so leise. Der Echwer ist auch super, ey. Aber ne. Ich bin gespannt, wenn wir uns den Golf anschauen können. Ich meine, wir müssen den Renntag erst noch fertig machen, aber danach können wir uns den ja gerne mal anschauen. Kann ich das Training eigentlich beenden? Ja, ne? Quitt. Ja, ich brauch's bloß rein in dieser Training. Ich muss erinnern, Training ist ja eine Pfand, das ist ja Quatsch. So. Gut. Ähm, ich repare mal kurz mein... Obwohl, ich brauche nicht, ich repare halt. Ihr kommt so wenig damage. Heißt, wir gehen... Wir machen jetzt erstmal... Oh, Sprintfahren gibt's hier. Dann machen wir doch einen schönen Sprintfahren mit dem Golf. Uh, Joe Techett ist am Schluss. Ich muss dringend... Ich glaube, in den Kripp müssen wir dringend mal Leistung upgraden. Ich hab irgendwie immer noch vergessen, dass man Golf mal Leistung bräuchte und wir 75 PS eindeutig nicht als Leistung reglementieren sollten. Das ist aber doch geil. Ey, die Karren von Epyx, äh, ne, von, ne, ja, ne, wisse, von Rio, die ganze Crew, die sind schon geil. Ich weiß, wer da auch noch kommt. 1,7, 1,8, 7. Nichts, Spoilern, bitte. Danke. Ja, ich glaube, wir werden... Oh, Quatsch. Ja. Ich mein, wir haben jetzt schönes, großes Nitro, aber das war's halt leider auch, was uns ein Golf ausmacht. Wollen wir noch irgendwie hier rankommen. Ich mein, wir haben Rukumenspeed. Der Golf geht lustigerweise extrem gut. Hä, wollte ich grad sagen, wo? Komm, ich geh irgendwie noch ran. Ne, ich hab ein ganz leichtes Leistungsdefizit. Ja. Wir fahren jetzt mal fertig. Einfach für die Punkte. Fürs Gefühl. Fürs gute Gefühl. Komm. Oh, okay, das ist geil. Bis gerade. Willkommen im 17. Monat. Dankeschön. Dankeschön für deinen Resort. Dankeschön. Das ist ja der von Gran Turismo hier. Der Dude. Ja, also wir müssen dringend Leistung upgraden. Eieiei, wir müssen auf jeden Fall dringend Leistung upgraden. Oder für Krypton neues Fahrzeug kaufen. Aber ich muss sagen, ich mag unseren Golf schon gerne, weil er fährt sich an sich ja echt gut. Er braucht nur Leistung. So, hier noch ein bisschen. Wisst ihr, noch was zeitgängig gut machen? Könnt ihr vielleicht nicht letzter werden? Das wäre jetzt ein bisschen irgendwas. Das ist ein bisschen die Letzte. Ich meine, ich habe mein Wort gehalten. Das ist drittletzte. Das ist aber doch scheiße. Aber nicht so scheiße wie ganz scheiße. Oi, oi, oi. Kacke. Wir schauen, wir müssen mal gucken. Wir müssen ja auch neue Autos vielleicht frei haben. Wir gucken mal, vielleicht ist man uns für Grip was Neues mal holen. Ich würde gerne irgendwas mit Allrad haben. Ich mag unseren Golf echt gerne. Aber so ein schönes Allrad-Biest wäre auch ganz geil. Ich bin ja grundsätzlich in Leistung schon, damit ich nicht noch Geld da reinpumpen muss. Weißt du, was ich meine? Ich meine, bisher machen wir auch wenig Opticuling, weil ich immer noch Geld sammle. Ja, ich komme zwar ran, aber auf dem Moment zieht er mir weg. Dann mache ich halt nichts mehr. Ist hier noch mal schneller geworden vielleicht ein bisschen? 31, 3-Bakla und auch flottern, ne? Ich mache P5 am Ende. Go here, easy. Geil. Kein Geld dafür bekommen, aber naja, passt ja. So, dann machen wir. Komm, machen wir einen schönen kleinen Trip mit dem MX-5. Der braucht eigentlich auch noch mehr Leistung, aber der funktioniert noch recht gut. Driften ist eigentlich nicht so leistungsabhängig. Oh, guck mal. Underground 1, 1. Ja, 1. Ich kann gerade kurz ein bisschen überlegen. 1, 2, manchmal kommen wir ein bisschen hin. So, come on, MX-5. Der kleine braucht auch noch mehr Leistung, da sind wir auch eindeutig sicher. Und ein fettes Bodykit, der braucht grundsätzlich noch vieles. Mir ist das Underground 1 gelauig, ist das richtig im Kopf. Weil, guck mal, hier, ich brauche keine Leistung. Wer eine MX-5 hat, hat genug im Leben. Also, sag mal, wie die ist. Eine MX-5 ist die Kompensation für alles. Guck dir die Kiste mal an, Alter. Warum will ich mehr Leistung haben? Ich fühle mich jetzt schon viel zu schnell. Also, bin ich ehrlich, ich will hier nicht schneller durch. Warum will ich mehr Leistung haben? Ich kriege das jetzt gerade noch so gehalten, irgendwie. Oh, Junge. Andere Richtung. Zack, schöner. Jetzt rein hier. Und der Switchback. In die Mauer. Wunderbar. Top. Light Damage. Karre komplett zerlegt. Driftrennen, ohne das Auto zu zerlegen, ist aber auch kein richtiges Driftrennen. Muss man fairerweise sagen. Sobald ich eine Stoßstücke runterfliege oder dir der Spiegel, der irgendeinem Zuschauer in den Kopf geflogen ist, bist du dann überhaupt wirklich am Driften, meine ich. Bist du dann wirklich am Driften. Das ist so. Bitte, Louis. Wirklich. Also, brauchen wir nicht. Ne, wir brauchen noch nicht. Also, noch mehr Leistung wäre cool. Aber wie gesagt, rein theoretisch für dich zu driften, brauchst du im Spiel nicht. Mit der Driftphysik, die durch den Mod reingekommen ist, kommst du easygoing auch mit einem Serienfahrzeug hier durch. Also zumindest der MX-5 kann was auf jeden Fall. Der macht halt Punkte wie die Hölle. Also, weil er halt einfach super gut seitwärts geht und super gut zu steuern ist. Wollen wir mal da rum. Bist du wirklich ein Drifter, wenn du noch beide Stoßstangen hast? Exakt. Ich würde sagen, da wäre jetzt immer noch ein Sammlerzustand auf mobile drin. Ich weiß, was ich habe, okay? Finde erstmal eine bessere. Wunderhübsch, wunderhübsch. Slide. Jetzt in die andere Richtung. Oh, Junge. Ja, es ist, es muss ja sagen, das Driften fühlt sich mit dem Physikmodell, das sie hier reingepackt haben, auch sehr satisfying an. Das macht schon sehr viel Spaß. Man hat zwar immer noch nicht hundertprozentig Kontrolle, aber das ist ein Cross-Suite-Ding. Aber gesetzt, du kannst in der Kurve ein bisschen mehr arbeiten und hast vor allem den größeren Speed. Cross-Suite hat ein Vanilla das Problem, dass die Driften sich so unfassbar träge anfühlen. Und hier hast du halt so mit, gut, das ist jetzt ein bisschen zu schnell, das fühlt sich ein bisschen an, wie die Physikcarbon, aber es ist okay. Genau, ich bin der neue Donkey Kong. DK, ja, richtig. Dafür stehe ich jetzt doch. Was soll denn sonst stehen? Ich finde das beim, ich mag Shurky-Drift, ich mag den Film echt gerne, aber diese Unterhaltung ist immer noch geil. Er ist DK, wie Donkey Kong. Und du denkst so, was ist Driften? Und so, Bro, ich habe das erste Rennen und er driftet mit seinem scheiß Ami jede Kurve. So, ich habe keiner was Driften ist. Was hast du, du bist da gedriftet? Ne, ich bin seitwärts gefahren, so nennt man das doch hier in Amerika, nennt man das seitwärts fahren. So, als würde ich, hätte einfach keiner was Drift ist, aber währenddessen schon mit Autos durch Wohnfüllen prügelt. Ich habe keiner was ich da gemacht habe, der Wagen ist halt quer gefahren und das wird irgendein Zustand sein, aber der wird sicher keine eigene Beteiligung haben. Ah Mann ey, ich hätte die 3000 noch voll gemacht, schade. Hier hätte ich schon noch gerne eine Folge gehabt. Na gut. Trotzdem sehr solide. Und schon gewonnen. Ja, die haben die Punkte auf jeden Fall. Oh, der. Ey, das Astra Cabrio da vorne ist jetzt gar nicht mal so scheiße. Jetzt merke ich, das sieht gar nicht so schlimm aus. Nitro für den, ja gut, wir haben doch schon Stufe 1 für den. Jetzt habe ich noch eine Stufe 1 für den MX-5. Äh, das ist ja Kacke. Aber wir können jetzt mit dabei dominieren, dann würde ich sagen, dann legen wir es darauf auch an, oder? Dann wird hier mal richtig was dominiert. Ja, und John Teller fährt 1100 PS. Alter, John Teller fährt 1000 PS im Civic, Bruder, was hast du für einen Motor drunter? Übertreibst doch nicht. Dieses Ding gab, vorne 1000 PS, Alter, in dem Moment, wo du es erstmal gasst, wie viel gehst, kannst du ein Blech um die Ohren, aber okay, jedem das seine. Cockport, Deep Forest, Corsica, Trial Mountain, ich finde das Schild oben sehr interessant. Dann haben wir noch ein Rast, Rasthof, oh, Sass, der Rasthof ist Sass, Leute, pass auf. Oh, hier gibt es auch noch zwei Wracks. Verdammt! Oh, okay, die Strecke müssen wir auch noch mal fahren, hier sind auch noch zwei Wracks versteckt. Ah, fuck off. Okay, ja gut, dann ist das halt so. Dann müssen wir hier auch noch mal suchen. Warte mal, was hat Sophia, Martin, das für eine Geschwindigkeit gehabt? Ah, die ist schon durch den zweiten Checkpoint durch. Ich dachte doch schon, so 500 irgendwas, ich so übertreibst halt, bitte Dame. Ja, die sind ja schon mehr durch Checkpoints durch. Ah, bitte kusch dich doch. Trade Paint, ja. Fuck off, nicht Trade Paint. Oh, wir fahren über 300, da geht noch was. Alter, ich bin grad mal vierter. Wie zum Fick haben die da vorne, 300, 200 kamen auch noch mal mehr, Junge. Das ist ja insane. Ja, okay, ich dominiere den Renntag locker. Manchmal habe ich auch eine verdammt große Fresse. Alter. Ich wäre mal vierter geworden nur. What the fuck? Aber obwohl. Ja, ich brauche nur noch 3.400 Punkte fürs Dominieren. Ach, easy. Okay, gut. Ja, die Punkte haben sie wirklich gut angezogen. Also, da wurde auf jeden Fall viel regebalanced. Weil, also, mit fünfter, zweiter, vierter, erster würde ich nicht mit einem Rennen noch Grip-Rennen noch dominieren können. Boah, der Ton ist gerade gar nicht scheiße. Ähm, gut, wir gehen mal in den Practice rein, weil wir wollen ja noch das Wrack finden. 1.000 PS halt. Perra-Pump. So, ich weiß nicht, ich muss die Musik nicht ausmachen, weil die Wracks eh so weit weg stehen, dass ich das vorher eh nicht höre. So, zwei Stück stehen rum. Ich habe nur noch keiner, was ich suche. Das ist ein bisschen das Problem jetzt. Vorher wusste ich, ich suche einen silbernen Golf. Jetzt weiß ich nicht, was ich hier suche. Das wird jetzt lustig. Hm. Was suche ich? Ein Auto. Dankeschön, dass ich hier nicht auf Öst... Östereier, die guten Östereier. Ich sag ihr euch, die guten Östereier. Ähm, da noch einer. Wie viele muss ich denn von dem finden? Ich dachte, die drei wären schon das komplette Wrack. Da ist ja noch einer. Komm mal an. Hallo. Zack. Ich weiß gar nicht, wie viel ich von ihm brauche, damit ich ihn bekomme. Ah, ich habe gedacht, ich bräuchte nur die drei. Ah, ich brauche mehr. Oh, hoppala. Ach, schade. Ich habe gedacht, ich bräuchte mehr. Hm. Nein, kein Tipp. Keine Tipps zu dem Wachs. Das möchte ich auch selbst entdecken. Aber okay, ich muss mehr als der. Okay, ich dachte, die drei, da hätte ich den schon. Ah, schade. Hm, ist okay. das wäre vielleicht auch ein bisschen zu einfach, dass keiner, da war wieder 0,5. Ich glaube, ProMap insgesamt ein Auto, so vermute ich es gerade auch. Ja, das könnte sehr gut sein. Wir können schneller fahren. Hier ist nix, hier ist nix, hier ist nix. hier sehe ich jetzt gerade erst mal noch nix. Aber da weiß ich, dass ich wieder nach dem Silber den Golf suchen muss. Das macht die Suche zumindest ein bisschen entspannter, weil man ungefähr weiß, worauf man gucken achten muss. noch sehe ich kein Silber, noch sehe ich kein Silber. Wie viele Praxis sind, weiß ich ja, das steht oben rechts. ja, ich weiß. Das habe ich jetzt schon mitbekommen. hier ist es auch, hier war jetzt nix, da steckt. Okay. Ich habe irgendwie das doofen Gefühl, dass ich halt nicht richtig geguckt habe. Das fühlt sich nicht richtig an. dass da nix war. Muss doch dann hier irgendwo sein. Ich meine, so viel Strecke haben wir jetzt nicht mehr. Nee, nee, nee. Ich sehe nix. Ich sehe mich gleich schon umdrehen. Ich sehe mich gleich schon umdrehen, dass ich es irgendwo übersehen habe, das Wrack. Fuck, wo ist es? Jetzt haben wir hier noch genug Fläche, so ist es nicht. Jetzt habe ich da was hinter gesehen. Ja, okay. Nein, habe ich nicht. Ah, verdammt. Ich habe gedacht, ich hätte da was schimmern sehen. Scheiße, Alter. So unsichtbaren Mauern. Kost, wieso unnötig Kohle, weil ich einfach irgendwo immer ins Random reinfahre? Da ist die Live-Planke, die ich da gesehen habe. Mann. Oh. Oh, Mann. Guckt mal, hier ist mein Alter YouTube-Banner. Falls es euch interessiert, wie lange dieser Mod in Arbeit ist, da seht ihr das, wie lange dieser Mod in Arbeit ist. Das ist doch mein Payback-Banner, Alter. Das ist schon eine Weile her. Da kann man das ungefähr, da kann man sich das ungefähr herleiten, wie lange dieser Mod in Arbeit ist. Okay, hier ist mein Banner. Guck mal, YouTube-Banner. Nice. Das ist eine Zeitreise. Tuning ist Kuturgut. Ja, Mann. Ah, da ist die 05. Ist zwar falsch, aber es ist okay, dass sie da ist. Jetzt habe ich sie auch gesehen. Ich drehe gleich nochmal um, habe ich das Gefühl, ja? Scheiße. Wir haben das Auto übersehen. Fuck. Wo ist das Kackding? Ah, nee. Wir haben es nicht übersehen. Alles gut. Ich habe so ein Auge, Junge. Oster-Ersuchung mit mir ist wirklich langweilig. Ich stehe drin, Spiel. Der Wiese um zum Parken ist echt schwierig. Reconnected. Bahnfallen. Okay, ah, das war es. Okay. Wir haben anscheinend auf dem Autobahn jetzt alle Autos gefunden. Okay. Heißt, den haben wir jetzt wohl. Gut. Wir machen das Kripp-Event noch, weil, wie gesagt, ich will versuchen zu dominieren mit der Hoffnung, dass es mit dem Golf hier irgendwie gut geht. Und wie gesagt, da müssen wir jetzt mal Geld reinstecken. Entweder das oder ein neues Auto kaufen. Eins von beiden. Hast du einen neuen LDS gemacht, damit die ganzen Klicks zu 100% funktionieren? Das ist leider empfohlen. Ne, habe ich nicht. Ich hoffe einfach, dass es jetzt so klappt. Ich wollte ungern den Spielstand neu machen. Bzw. ich hatte die Tage keine Zeit, den Spielstand neu zu machen. Wenn wir es nicht hinbekommen, dann muss ich meine Progression nochmal neu spielen. Aber ich habe jetzt keinen neuen LDS gemacht. Ich weiß genau, normalen neuen Spielstand oder bla bla bla, das weiß ich. Aber ich try and ever jetzt mal, ob es so gut geht. So, gucken, ob ich hier im Kripp-Rennen mit 75 PS immer noch was mitreißen kann. Oder ob ich langsam, was ich gar mal mein Auto abrunden sollte. Ich meine, wir sind schon mittlerweile in der Stufe, wo ich eigentlich mitwinken sollte. Ah, ich wollte gerade sagen, den Game Challenge, erkennst du das? John Tanner. John Tanner ist es, liebe Leute. John Tanner. Der ist hier am Stissel. Ich muss auch nicht mal so viele Punkte holen. Es gibt 3.5.000. Also wir müssen nicht mehr Erster werden. Also wir sind eigentlich recht safe fürs Dominieren, wenn ich das hier irgendwie nach Hause gepuppt kriege und die Gegner hoffentlich müssen die Scheiße bauen. Ja, bei Gott, bitte sie bauen Scheiße, sonst habe ich ein Problem. Ja, oder ich mache Freiflug. Oder ich mache einfach, ich mache einfach... Also bitte nicht alle. Alter, also kriege ich keine 300.000 Punkte zusammen. Hört doch jetzt auf. Oh, hier kleinen Pissnäcken, Alter. Ich habe nur 185 km, top standardmäßig hier. Oh, da hat er ja nicht so ein bisschen Scheiße gebaut. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass wir... Ja, ich... Meine Hoffnung, wie hast du diesen Render dominieren im Schwindel so lange da war ich sicher? Warte mal. Oh, fuck, nein. Oh, die Lenkung... Ich habe die Lenkung aufgemacht. Mann. Das war super dumm. Das war super dumm. Some touching, Alter. Mein halber Golf 4 hängt in der Mauer. Bitte. Bitte überholen Sie mich nicht. Bitte. Hören Sie auf. Nein. Nein. Mann, Alter. Das ist echt nicht gut gerade hier. Das geht nicht gut für uns aus. Nur wirklich so ein Scheiß... Ach, warum den Golf-Tune und 75 Pärs nur noch ausreichen? Scheiß, Leck. 75 Pärs, um aufs Maul zu kriegen, dann ausreichen, ja. Ja, ey, bis zu dem Renntag war das noch möglich. Gut, dann werden wir natürlich nicht dominieren. Das wird natürlich nicht darauf hinauslaufen. Ah, ja, das müssen wir dann nochmal nachholen. Ja, alles gut, Edegars-Pirat. Danke auf jeden Fall für den Hinweis. Oh, hier ist ein Black Panther-Banner. Guck mal an. Ich habe ein Auge für sowas. Boah, Junge, die ziehe mich ja jetzt komplett ab. Komm, aber hier bis noch einer von denen scheiße war und dass ich noch ein paar Punkte kriege für dieses Event, Junge. Ich kriege gleich Punktabzug für die Sache, die ich hier abziehe. Junge, Junge. Scheiße. Ach, Mann. Ich hatte Hoffnung. Ich hatte Hoffnung, Leute. Ach, Mann. Ich meine, wir haben so wenig Leistung, dass wir in dieser kleinen Steigung auf unter 100 dropen. Ich will das nur kurz mal festhalten, dass wir nicht mal 100 kmh aufgebaut kriegen. So wenig Leistung fahren wir. Du bekommst trotzdem schneller bis als die Zeit, die vorgegeben ist. Bist du sicher, dass ich schneller bin als die Zeit, die vorgegeben ist? Also ich weiß nicht, ob ich die, ich kann auch selbst mal die in dieser Pflicht knacken. Bin ich ehrlich. Ich hätte in der Runde 1 echt noch so ein bisschen Hoffnung. Boah, Junge, die wurde ja in Runde 2 sowas von komplett hops genommen. Jegliche Hoffnung wurde zerstört und mit Füßen getreten. Ach, fuck, Alter. Ist die Handzeige MPH oder Karma? Gerechtliche Frage. Wir fahren so langsam, dass es auch MPH sein könnte. Aber nein, es ist ein Karma. Ah, stimmt. Wir haben die Target Time links stehen. Hoppla. Ja, ich habe die nicht gesehen. Stimmt, da steht ja was. Boah, ich glaube, bei vielen 500 Punkte oder so, ne? Scheiße. 420. Ach, scheiß Dreck, Alter. Wo kann ich noch Punkte holen? Beim Driften kriege ich nicht noch mal 400 Punkte rausgeholt. Kacke. Oh, Mann. Jetzt kann ich sagen, es mir jetzt unsere 400 Punkten hapert. Shit. Genau auf den Schaden ist angekommen. War der Schaden wirklich das Problem? Scheiße. Ah. Ah. Probieren wir Drift noch mal. Komm, wir probieren Drift noch mal. Komm, wir probieren Drift noch mal. Komm, rein da. Hätte ich reparieren müssen, für was heute Drift? Weiß gar nicht. Hätte ich jetzt reparieren müssen? Oder kriege ich jetzt die Punkte nicht abgezogen? Wenn ich mit Schaden starte, ist alles gut. Ich habe ja jetzt mit Schaden gestartet. Muss nicht reparieren, ne? Können wir jetzt einfach nur scheißliche Punkte holen. Hier wir go. It's turn one. Let's see what it's got. All right, Mr. Kipper. Angle good for us. Wenn wir dreieinhalbtausend Punkte oder so schaffen, dann ist es machbar. Dreieinhalbtausend Punkte, dann können wir das hier ripen, dann holen wir das. Wenn der MX-5 jedes Mal mir den Arsch rettet, so, ja, ich bin da nicht, wenn es ein bisschen durchschnitt, der MX-5 so, ja, mein Gott, dann retten wir die Scheiße halt im Querfahren. Mann, Alter. Muss es denn sein? Kannst du hier, gibt es ja keine Alternativen. Wir müssen dreieinhalbtausend irgendwie schaffen. Das ist vielleicht machbar. Das wird tricky. Das wird sehr tricky. Weil da fehlt mir dann jetzt doch das Tempo für. Ey, warum mach ich es mir jedes Mal mit den Scheiß-Renntagen so kacklich schwierig, dass die zum Ende hin immer so ein Dranzerlakt werden. Dominiert es ja nicht wirklich, wenn man das am Ende ja so durchzwingt. Just listen to that. Nice-Speed-Bonus. Oh, der war gut. Nice-Speed-Bonus. Nice-Speed-Bonus. There's some noise, everybody. Come on. Make some noise for this driver. Komm. Oh, Mann, knapp über 3.000. Scheiß-Dreck. Oh, ja, ich muss so ein assigen Drift haben, wo ich wirklich komplett das ding bis sie sind so an sie also letzten meter dann irgendwie gas geben das könnte reichen wenn er mit den schaden nicht mehr berechnet ich habe den schaden ja schon vorher heißt wenn ich jetzt ohne schaden berechnung jetzt könnte es von den punkten wirklich reichen weil ich dann halt wirklich wie gesagt punkt graus und schaden ist schon recht viel punkt wie es kostet er schadet aber nicht mehr ich wollte gerade sagen ja außerhalb der driftzone shit ruhig einschlagen jetzt die mann wird nicht besser aber mann ich hoffe ich dass der schadenbonus dass das irgendwie aufgeht kommt schon punkt hatte ich habe ich jetzt aber es könnte wieder knapp sein es hat gereicht ja knapp wie knapp wie knapp wie sehr gut liebwäst sehr schön gut sehr sehr geil sehr sehr geil okay was haben wir jetzt haben wir haben wir müssen jetzt den golf ja haben ne wir haben das 15 bekommen liegt am alten save file leider ach shit alter verdammt hallo übrigens grüß dich da sind scheiße ah man jetzt wurde ja auch gefixt man soll halt ein neues save game nutzen ich hatte keine zeit meinen spielschirm vom letzten stream wieder aufzuholen ich muss mal gucken ob ich bis zum nächsten stream das nochmal einhole dass wir bis zum nächsten stream mit dem neuen save game nochmal also dass ich bis hierhin nochmal spiele und dann euch die autos dann zeige also dementsprechend ich werde natürlich nochmal bis zu dem save game spielen deswegen lassen wir die bank jetzt einfach in unserer garage wir werden jetzt nicht fahren aber da werde ich nochmal mit dem neuen save game loslegen craft the room i'm coming through they wanna see what i'm about yeah i got skills do it for the thrill i'm on the paper route extra extra read about it i'm today's trend of topic i put commas over bullshit yeah i put that on mamas they tryna black all my blessings they thought i lost to stepping i bet on me and my team Vielen Dank.